Okay, also einen Teil kennt es nicht. Bei Hotshots geht es um die 80er, das ist das große Thema. Und deswegen haben wir natürlich das coolste Instrument der 80er mitgebracht. Die Kita! Ihr kennt es von großen deutschen Heavy-Metal-Bands wie Modern Talking. Ja, mir fällt auch keine Hand. Ja, meine Hand, mir auch nicht, das ist das Problem. Hat Tramstein sowas mal benutzt? Ich weiß es nicht. Ja, wenn dann nur brennt. Rasti, ganz kurz, wir haben jetzt hier, klar, wenn du 80er Klamotten haben willst, willst du vielleicht auch mal zeigen, was du schönes unter deinem lederen Jacket hier hast? Sehr gerne, allerdings muss ich gestehen, ich habe die letzten drei Jahre mit als Mitglied bei Bandcheck Mike verbracht. In der Striptease-Gruppe, allerdings, ich habe mir die Handtüche auch gesammelt, aber egal. War auch schön, deswegen kann ich mich nur zur Musik ausziehen. Okay, das heißt, das war jetzt eine Aufforderung quasi an die Band, und mich. Ganz subtil, also so subtil, wie man halt... Also wie du halt erotische Handtücher auch sagst. Genau, sehr subtil. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020